Hallo Menschen, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Mimo Salé und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich ein Q&A drehen, weil ich schon lange nicht mehr auf Antworten, äh auf Antworten, auf Fragen Antworten gegeben habe. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fragen stellen könnt und das habt ihr fleißig gemacht und ich werde euch jetzt die Fragen vorlesen. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Also, ich gehe da einfach, äh, einfach durch. Wird nächstes Jahr Alba Festival genau so wie dieses Jahr oder besser? Das war jetzt wirklich die erste Frage. Ähm, ich denke natürlich, dass Alba Festival das nächste Jahr noch besser wird, weil wir dann aus ein paar Fehlern was lernen konnten. und ich denke, dass es immer besser wird, weil man halt Erfahrungen sammelt. Das war unser erstes Festival und natürlich kann man da nur alles verbessern, finde ich. Und ich muss aber dazu sagen, dass es für das, dass es das erste Mal war, haben wir es übertrieben gut gemacht. Also, können wir uns auf die Schulter klopfen. Die nächste Frage. Wieso hast du dich entschieden, deine Wimpern-Extensions wegzunehmen? Ähm, ich habe sie weggenommen, weil ich erstens mal ein Shooting haben werde und ich da keine Wimpern haben darf. Und zweitens, weil, ähm, genau, eigentlich eher wegen diesem Grund, aber mir gefällt es momentan so extrem gut. Und deshalb habe ich jetzt momentan einfach keine Wimpern. Was machst du, dass deine Haut so strahlt? Also, Leute müssen das immer im Hinterkopf haben, dass halt Instagram einfach eine Scheinwelt ist und man viele Filter benutzen kann. Man kann Facetune benutzen. Man hat Snapchat mit eben tausend Filtern. Und man sieht dann halt einfach besser aus auf den Bildern. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass meine Haut nicht immer gut ist und, ähm, eigentlich mehrheitlich gar nicht gut ist. Und, ähm, ja, also meine Haut ist nicht perfekt oder nicht so gut wie auf den Bildern. Deshalb müsst ihr euch nicht daran festhalten, dass ich eine schöne Haut habe, weil das ist nicht so. Sie ist auf jeden Fall besser geworden. Vielleicht wegen meiner Ernährung. Ich habe die ein bisschen umgestellt. Ich, ähm, esse jetzt viel gesünder. Und ich trinke auch viel, viel mehr Wasser. Vielleicht liegt es an diesen Kriterien oder dass ich einfach jetzt endlich mal, keine Ahnung, aus meiner Pubertät draußen bin. Ich meine, ich kann ja nicht immer wie 17 sein. Ich werde bald 24 und ich denke, das hat auch vielleicht mit dem Alter zu tun, dass ich jetzt ein bisschen eine reinere Haut bekommen habe. Diese Frage kam so oft. Wieso zeigst du deinen Freund nicht? Also Leute, es ist ja nicht so, dass wenn ich mit ihm rausgehe und wir in die Stadt gehen oder was einkaufen gehen, dass ich ihm eine Tüte über den Kopf ziehe und ihn nicht zeige. Es geht einfach darum, dass er nicht in die Öffentlichkeit treten möchte. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, aber er möchte es jetzt einfach nicht. Und das akzeptieren wir natürlich. Und klar kann ich mal irgendwann mein Bild mit ihm posten und so, so ist es ja nicht. Aber er möchte jetzt nicht die ganze Zeit in den Vordergrund stehen und die ganze Zeit irgendwie Videos drehen oder um dann, um dann, um dann, um dann, um dann Videos drehen. Und deshalb einfach ganz neutral betrachten, mich verstecken nicht oder so. Genau. Also es sind nicht diese Gründe. Ich zeige ihn einfach nicht, weil das ein Mensch ist, der nicht im Öffentlichen sein möchte. Und ich weiß auch, dass bei meinen Eltern das auch immer so ist, wenn meine Eltern irgendwo am Flughafen sind, im Einkaufszentrum sind. Die werden so oft erkannt und so viele von euch gehen dann zu ihnen hin und reden mit ihnen und so. Und meine Eltern können zum Beispiel mit dem umgehen. Sie mögen euch auch mega und sie erzählen mir auch jedes Mal, wenn sie euch getroffen haben. Ich finde das so süß. Aber mein Freund kann das zum Beispiel nicht. Er kann nicht mit so vielen Menschen umgehen oder er kann das einfach nicht handeln. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht erklären. Er ist einfach ein bisschen schüchtern. So ein bisschen zu seiner Person, warum er nicht im Vordergrund steht. Genau. Und dann nochmal was. Heiratest du? Ja, ich werde nächstes Jahr, übernächstes Jahr heiraten. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Aber es ist noch nichts Festes geplant. Oder wir haben auch noch nichts irgendwie reserviert oder so. Kannst du dir vorstellen, irgendwann auszuwandern? Auf jeden Fall. Ich möchte das unbedingt mal ein Jahr einfach weg aus der Schweiz. Einfach mal was anderes sehen. Ich möchte das unbedingt mal. Vielleicht irgendwann, wenn ich Kinder habe und die noch klein sind. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Antworte spontan. Ich möchte erfolgreich sein. Ich möchte unabhängig sein. Und ich möchte meine eigene Familie gründen. Und vor allem möchte ich auch finanziell unabhängig sein. Also ich möchte nicht von jemandem... Wisst ihr so, diese Hausfrauen, die dann nur noch zu Hause sind und dann vom Mann nur noch so leben? Das möchte ich überhaupt nicht. Wenn du entscheiden könntest, würdest du dein Leben lang lieber süß oder salzig essen? Ich glaube, salzig. Wisst ihr, ich bin so ein Mensch. Ich esse schon Süßes, aber ich habe nie das Verlangen nach Süßem. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber ich habe irgendwie nie das Verlangen. Und so nach Chips und so... Ja, das ist schon heftiger für mich. Dein peinliches Erlebnis. Das ist gerade vor kurzem passiert. Ich erzähle euch das jetzt. Wir waren vor einer Woche oder so bei meiner Freundin zu Hause. Und die wohnt im Erdgeschoss. Und nebenan wohnt noch jemand im Erdgeschoss. Und da trennt sie nur so eine Milchwann. Und wir haben so lange gequatscht und zusammen geredet über die Ferien und so. Wie das so bei ihr war, wie es bei mir war, wie es bei meinen Schwestern waren und so. Weil die waren ja alle nicht im gleichen Zeitraum im Urlaub. Und dann waren die da nebendran und haben die ganze Zeit so Spanisch geredet. So, hey, das klingt ja irgendwie so voll schnell und hektisch. Und dann waren noch Kinder da, hat man auch noch gehört. Und wir haben so lange geredet. Es wurde etwa 11 Uhr abends, keine Ahnung. Und ich habe die dann irgendwann voll vergessen. Und ich habe ja kein Talent. Aber was ich kann, ist laut rülpsen. Das kann ich einfach übertrieben. Ich weiß nicht warum. Aber ich kann das einfach. Und dann sind wir so, waren wir so am reden und so, bla bla bla. Und irgendwann habe ich einfach gerülpt, keine Ahnung. Ich dachte, die sind eh nicht mehr da. Und dann fangen diese zwei Spanierinnen sich zu Tode. Die haben sich zu Tode verrissen. Wie sagen wir noch auf Deutsch? Die haben sich einfach kaputt gelacht. Die haben so gelacht. Und mir war das so peinlich. Und meine Freundin sagte nur zu mir, geh rüber und sag Entschuldigung. Und ich so, bist du behindert? Ich zeig mich doch nicht. Ich zeig doch nicht, wer jetzt gerülpst hat. Die checkten das ja eh nicht, wer das jetzt war. Und dann sagt die andere so, ist egal, Zugabe. Wir sind ja eh in der Schweiz. Was hat das mit der Schweiz zu tun, Junge? Jetzt kommt Zugabe, noch einer. Und ich so, oh mein Gott, bitte nicht. Warum? Warum passiert dir sowas? Und ich war die ganze Zeit ruhig und habe normal geredet. Und dann musste mir genau das mit dem Rülpsen passieren. Ich habe mich so geschämt. Es war so peinlich. Ja, das war ja nicht das, was gerade vor kurzem passiert ist. Sonst passieren mir ja täglich eigentlich peinliche Sachen. Siehst du dich als traditionelle Nuse? Eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Es kommt halt darauf an, was du jetzt denkst, was traditionell für dich ist. Für mich, ich denke schon, dass ich so ein paar Sachen beibehalte. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht. Aber das hat eigentlich nichts mit Nuse zu tun. Also Nuse heißt übrigens Braut. Für die, die das nicht verstehen. Sondern eher mit Anstand. Also wenn ich jetzt bei meinen Schwiegereltern bin oder so und mein Schwiegervater kommt von der Arbeit und so, dann stehe ich halt einfach auf. Einfach so als, ich weiß nicht, einfach Respekt. Aber nicht nur, weil er gekommen ist, auch wenn meine Schwiegermutter kommt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, weil er ein Mann ist. Sondern eben solche Sachen halt einfach aus Respekt stehe ich natürlich auf und ja, umarme ihn dann und sage Hallo. Genau. Solche Sachen halt einfach alles, was mit Respekt zu tun hat, behalte ich bei. Naja, aber das ist alles andere. Keine Ahnung, was ihr dann... Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr genau so als traditionelle Nuse meint. Weil ich bin's, glaube ich, nicht. Und ähm, genau. Wie haben deine Eltern auf dein Tattoo reagiert? Was sollen die sagen? Ich bin genug alt, das ist mein Körper. Willst du bald ausziehen oder ist das noch kein Thema? Zeige ich mal nichts dazu. Nächstes Reiseziel. Also ich werde jetzt Ende September nach Dubai fliegen. Wieso ich schon wieder nach Dubai fliege, seht ihr in meinem Dubai-Vlog. Verlinke ich euch in die Infobox. Magst du irgendein albanisches Gericht nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich bin voll unkompliziert, was das Essen angeht. Ich esse eigentlich fast alles, wenn es meine Mutter kocht. Also das albanische. Das andere kann ich überall eigentlich essen. Wann hast du dir das innere Conch-Piercing gemacht? Also das hier, was meint sie? Das habe ich, ähm, Uff, schon lange. Jetzt bestimmt sieben Jahre. Sechs Jahre so ungefähr. Das habe ich in meiner Ausbildung gemacht. Im ersten Lehrjahr oder zweiten. Ich weiß noch ganz genau, Amina, falls du das siehst. Ich hatte dann da nur so eine Kugel drin. Die war so silbrig. Und dann meinte sie so, ja, ich weiß nicht, jetzt sieht es noch nicht so schön aus. Weil da einfach so eine hässliche Silber und eine Kugel drin war. Aber jetzt habe ich dann so einen Ring reingemacht. Und übrigens, das fragen mich so viele, ob das weh macht. Ja, es macht übertrieben weh. Und zweitens braucht es unheimlich lange, bis das heilt. Wann wird das Video mit der Bestrafung gedreht? Das Video mit der Bestrafung mit meiner Schwester wird gedreht, sobald wir Zeit haben. Aber ich glaube, sie wird auch mit mir nach Dubai fliegen. Ähm, dann könnten wir das eigentlich drehen. Dann könnten wir auch was Lustiges machen. Weil dort kennt uns ja niemand. Ich glaube, das war's erstmal. Mal, ich danke euch vielmals fürs Einschalten, falls du bis jetzt noch drin geblieben bist auf diesem Format. Wow, wie schön ich das jetzt gerade gemacht habe. Dann schreibt in die Kommentare bis jetzt, also Hashtag bis jetzt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Oh mein Gott, so lau. Tschüss.